In diesem Video geht es um die besten drei Waschmaschinen. Der erste Platz das High-End-Produkt. Das Waschmittel wird in Blasen umgewandelt, die schnell in die Gewebe eindringen und Schmutz leicht entfernen, wodurch die Materialien geschützt und Energie gespart wird. Mit Egei Wässer optimiert der Trockner jede Wäsche. Er schlägt das ideale Trockenprogramm basierend auf der Art der Ladung und den externen Wetterbedingungen vor. Die Waschmaschine kommuniziert mit dem Trockner und stellt direkt das ideale Trockenprogramm ein, basierend auf dem gerade abgeschlossenen Waschzyklus. Haben Sie etwas vergessen? Das doppelte Adwoschtürchen ermöglicht es Ihnen, jederzeit während des Waschens einfach und schnell Kleidungsstücke oder Waschmittel hinzuzufügen. Sie erzielen herausragende Waschergebnisse, ohne Verschwendung und Anstrengung. Das Ecodosiersystem berechnet dank eines integrierten Sensors die Menge an Waschmittel und Weichspülermaß geschneidert für jede Ladung. Jetzt direkt sparen! Der Link zum Produkt ist unten in der Videobeschreibung. Der zweite Platz geht an den Preis-Leistungssieger. Es gibt kontinuierlich große Mengen Dampf ab und entfernt effektiv Allergin aus der Kleidung. Es hilft Ihnen, besser zu planen und immer rechtzeitig trockene und saubere Kleidung zu haben. Es ermöglicht Ihnen, Ihre Waschmaschine sauber und hygienisch zu halten, dank eines tiefen Reinigungszyklus bei 95 Grad Celsius. Es gibt verschiedene spezielle Programme, darunter Babycare, Schnellwäsche und Trommelreinigung. Durch Verwendung der Kindersicherung werden die Tasten des Bedienfelds deaktiviert, sodass Kinder die Maschine nicht ohne ihre Anwesenheit aktivieren können. Die Maschine erkennt automatisch unsachgemäße Verwendung oder Fehlfunktionen und zeigt den Fehlercode auf Ihrem Display an. Sie ist perfekt für eine schnelle Wäsche in nur 15 Minuten und bietet dabei Zeit und Geldersparnis. Die Schneeflockenform der Trommel hilft, Ihre Kleidungsstücke effektiver und gründlicher zu waschen und gleichzeitig Ihre Beschädigung zu vermeiden. Der dritte Platz das Sparprodukt Fahrbeweis Große Trommel mit 8,0 kg Fassungsvermögen Energieeffizienz-Klasse B-Schleuderdrehtzahl von 1200 Umdrehungen pro Minute, schnell und effizient. Exklusive 6-Grad-Sense-Technologie, die die Einstellungen dynamisch an die Merkmale jeder Ladung anpasst und eine ideale Pflege für alle Stoffe gewährleistet. 6-Grad-Sense passt den Wasserverbrauch und die Energie an die tatsächliche Beladung der Waschmaschine an und sorgt für perfekte Ergebnisse ohne Verschwendung von Ressourcen. Die Kleidungsstücke bleiben sogar bis zu 6 Stunden nach Ende des Waschzyklus frisch. Das Freshcare Plus Programm behandelt die Kleidung sanft durch sanftes Wiegen des Korps in Kombination mit Dampfstößen. Der äußerst leise und fortschrittliche Motor gewährleistet energieeffiziente und langlebige Leistung der Waschmaschine. 10 Jahre Garantie Tastensperre Freshcare Plus Vorwäsche Programmende Anzeige Startzeitvorwahl Startpause Schleuderdrehtzahl Temperatur Variable Schleuderdrehtzahl Verwäsche Verwäsche